September 1198 in Köln In Köln wütete im Haus am Heumarkt der Brechdurchfall. Krankheit und Elend lauerten wie schwarze, geflügelte Ungeheuer, hockten auf dem bunten Giebel und saßen hinter der Palmuttruhe und dem großen Wandbehang mit der Hirschjagd in der Halle. Sie hinterließen ihren stinkigen Schleim auf den grünen und braunen Butzenscheiben der Fenster. Auf schmatzenden Sohlen huschten sie durch die Flure und kauerten sich in den Lagerräumen hinter die Fässer. Sie hatten ihre Krallen um den dünnen Hals des alten Kaufmanns gelegt und würgten die Küchenmägde und Stalljungen, bis sie zitternd zusammenbrachen. Frieda konnte die geflügelten Wesen herumschleichen sehen. Sie war sich ganz sicher, dass sie mehrmals am Tag einen zuckenden Schwanz hinter einer Ecke verschwinden sah. Manchmal konnte sie ihre Flügel schlagen und ihre Krallen kratzen hören. Sie saß am Bett von Rudolf Kleingedank und hatte ängstlich die Schultern hochgezogen. Um sich abzulenken, betrachtete sie das faltige, eingefallene Gesicht des Kaufmannes. Der Alte atmete nun ganz ruhig. Sie würde Wache halten und alle Ungeheuer vertreiben, die es wagten, sich ihm zu nähern. Die letzten Stunden waren sehr anstrengend gewesen, weil sie ständig neues Wasser oder frische Tücher hatte holen müssen. Nachdem die Dosis verdoppelt worden war, zeigte der Schlaftrunk endlich Wirkung. Es hing ein säuerlicher Geruch im Raum. Der Herr hatte sich den ganzen Morgen übergeben. Doch nun schienen die geflügelten Wesen Ruhe zu geben. Sie hatten ihre knochigen Finger von seinem Hals genommen und sich zurückgezogen. Ganz leise schlich Frieda zum Fenster hinüber. Sie bewegte vorsichtig den Holzrahmen. Ein frischer Luftzug strömte in den Raum und der Kranke stöhnte. Frieda zuckte zusammen und wollte das Fenster wieder schließen, doch sie hatte im Hof etwas Interessantes entdeckt. Dort stand Dame Mechthild und redete auf einen stämmigen Mann ein. Er war offensichtlich gerade dabei, auf sein Pferd zu steigen. Mechthild machte heftige Bewegungen mit den Armen. Das Tier tänzelte nervös. Der Mann blieb unbeeindruckt und schüttelte nur heftig den Kopf. Er kam Frieda irgendwie bekannt vor. Ein böser Mann in einem schmutzigen schwarzen Umhang, in denen Ungeziefer und Fledermäuse zu Hause schienen. Wenn er nicht der leibhaftige Tod war, dann war er zumindest sein Bote. Dann wusste sie plötzlich wieder, wer er war. Es war der Mann, der die Dame im Kloster geweckt und fortgeschleppt hatte. Es hatte sicher nichts Gutes zu bedeuten, dass er heute hier erschienen war. Als er fortgeritten war, wischte sich Dame Mechthild verstohlen die Augen. Sie weint, dachte Frieda erstaunt, weil sie davon überzeugt gewesen war, dass ihre Herrin niemals weinte. Rudolf Kleingedank stöhnte wieder im Schlaf, und Frieda warf ihm einen beunruhigten Blick zu. Waren die geflügelten Wesen wieder über ihm? Niemand war zu sehen. Sie wandte sich wieder zum Hof, doch die Dame war verschwunden. Nur ein paar graue Schleier wehten noch über das Pflaster. Frieda setzte sich wieder zu dem kranken Mann und wischte ihm den Schweiß von der Stirn. Sie dachte daran, wie alles begonnen hatte. Die Ladung aus Regensburg hatte nur Unglück gebracht. Zwar war es eine der wenigen Ladungen gewesen, die den Flussräubern entgangen war, doch mit dem feinen Leinen waren die geflügelten Wesen ins Haus der Kleingedanks gekommen. Erst hatte der Hausherr, der das Leinen in Empfang genommen hatte, Durchfall und Erbrechen bekommen. Dann hatten die Ungeheuer ihre Krallen ausgestreckt, und das halbe Haus war erkrankt. Die Tür öffnete sich langsam, und Mechthild betrat den Schlafraum ihres Vaters. Sie sah blass und übermüdet aus. Tränenspuren waren auf ihren Wangen, und das hellblonde Haar war zerzaust. Frieda lächelte ihr schüchtern zu und flüsterte, »Es geht ihm schon etwas besser. Er schläft jetzt ruhig. Seid unbesorgt. Ich bleibe bei ihm.« Ihre Herrin nickte dankbar und zog die Tür wieder hinter sich zu. Mechthild stieg leise die Treppe hinunter. »Gott strafte das ganze Haus«, dachte sie, und flehte, »Heilige Margareta, bitte für uns.« Sie beschleunigte ihre Schritte und dachte daran, dass die Heilige es sehr schwer mit ihr hatte. Seit der Ankunft des geheimnisvollen Briefs aus Aachen war sie unruhig und schlecht gelaunt gewesen. Vielleicht lag es auch daran, dass sie ständig an Gottfrieds Auftritt im Kontor denken musste, wie er seinen Topfhelm gegen ihre Brust gedrückt hatte und ganz nah gekommen war. Wenn sie daran dachte, ballten sich ihre Hände zu Fäusten. Das Zusammenleben mit ihr musste unerträglich sein, möge Gott ihr vergeben. Die kleinste Kleinigkeit brachte sie aus der Fassung. Am liebsten hätte sie jeden Morgen damit begonnen, etwas gegen die Wand ihrer Kammer zu werfen. Zweimal war der Walrosszahnkamm schon durch die Luft gesegelt. Dabei könnte sie dankbar sein, dass sie gesund und stark war. Sie kam an der Kammer der Lehrlinge vorbei und hörte jemanden hinter der Tür würgen. Sie hatte fast Mitleid mit dem grießgrämigen Gotebold. Der säuerliche Geruch war schon im ganzen Haus. Es gab kein Entkommen. Selbst die Gesunden schlichen geduckt herum, als ob sie hofften, so der Krankheit zu entgehen, und Frieda murmelte ständig etwas von geflügelten Wesen. Mechthild stieg weiter die Treppe hinunter und betrat das verlassene Kontor. Sie stellte sich hinter eines der Pulte und bemerkte, dass sie noch immer den zerknitterten Brief in ihrer Faust hatte. Langsam öffnete sie die verkrampfte Hand und ließ das zusammengerollte Knäuel auf das Pult rollen. Sie starrte auf die verwischten Buchstaben ihrer Handschrift. Sie hatte wenigstens auf den geheimnisvollen Brief aus Aachen antworten wollen. Der Brief hatte sie sehr verwirrt. Es war nicht Anselms elegante Handschrift gewesen, sondern eine krakelige Unbeholfene. Sie hatte sofort vermutet, dass Arno den Brief geschrieben haben musste. Doch er schrieb so, als wenn Anselm ihm diktiert hätte. Es gab keine Unterschrift und kein welfisches Siegel. Das einfache Wachssiegel war schon zerbrochen gewesen. Ihr Vater hatte ihr versichert, dass der Brief so abgegeben worden war. Der Inhalt war noch beunruhigender gewesen. Der Absender fasste kurz und nüchtern zusammen, dass er im Sterben läge und sie ihm noch ein letztes Mal zu sehen wünsche. Ihr erster Gedanke war gewesen, dass es sich um eine Falle handeln müsse. Jemand wünschte, sie aus Köln vorzulocken. Doch dann hatte sie begonnen, sich ernsthaft Sorgen zu machen. Sie war so beunruhigt gewesen, dass sie nachts von Anselm träumte. Er wankte blass und zitternd auf sie zu und flüsterte ihren Namen. Doch gerade als sie damit begonnen hatte, ihre heimliche Reise nach Aachen zu planen, kam die Ladung aus Regensburg. Ihr Vater hatte die Leinenballen überprüft und war am selben Abend über den Rechnungsbüchern zusammengebrochen. Seitdem war an einen Aufbruch nicht mehr zu denken. Mechthild suchte hektisch zwischen den Rechnungen und Listen nach dem Brief aus Aachen. Sie wollte ihn zum hundertsten Mal lesen. Da fiel ihr ein, dass der Brief in ihrer Kammer in der Truhe versteckt war. Sie warf die Geschäftsurkunden durcheinander und seufzte. Oh, sollte Gunther doch in der Helle schmoren. Gottfrieds Mann war heute Morgen aufgetaucht und hatte sich nach der Mitgift erkundigt. Als er von der Krankheit gehört hatte, wollte er nicht hereinkommen. Das konnte sie ja verstehen. Doch wieso war er nicht bereit gewesen, einen Brief nach Aachen mitzunehmen? Das war ihr ein Rätsel. Gunther hatte behauptet, dass er nicht nach Aachen reite, da sein Herr sich nicht in Aachen aufhielte. Sie glaubte ihm kein Wort. Gottfried musste in Aachen sein, beim frisch gekrönten König, der sich nun Otto IV. nannte und Großhof hielt. Sicher umschwänzelte Gottfried den jungen Welfen, bot sich ihm als treuer Diener an und machte sich unersetzlich. Zuerst hatte sie gedacht, dass sie etwas von Gunther erfahren könnte. Sie hatte ihn möglichst unauffällig gefragt, ob bei der Einnahme der Stadt auch Ritter und Ratgeber verwundet worden seien. Doch er hatte nur spöttisch gelacht. Dann hatte sie ihm Geld geboten, damit er einen Brief mit nach Aachen nähme. Eine Nachricht für Anselm, den Schreiberling. Über Unstimmigkeiten im Ehevertrag. Gott möge ihr diese Lüge vergeben. Doch selbst durch Bestechung hatte Gunther sich nicht erweichen lassen. Er hatte eine abfällige Bemerkung über Anselm gemacht und war davon geritten. Sie nahm ihren Brief an Anselm vom Pult und betrachtete ihn. Von wegen Unstimmigkeiten im Ehevertrag. Sie hatte ihm mitteilen wollen, dass ihr Vater erkrankt war und sie nicht aus Köln weg konnte. Nun würde er annehmen, es wäre ihr ganz gleichgültig, dass er im Sterben lag. Er würde auf sie in Aachen warten und denken, sie hätte ihn vergessen. Dabei dachte sie ständig an ihn. Mechthild ging zum Kontorfenster. Sie öffnete einen Fensterflügel. Die Butzenscheiben klirrten leise in ihren Bleifassungen. Das Schreiben war nur noch ein feuchter Klumpen. Sie zerpflückte ihn und warf die kleinen Schnipsel aus dem Fenster. Es sah aus, als würde es schneien. Niedergeschlagen blickte sie den Fetzen hinterher. Sie dachte daran, dass Gott zornig sein müsse und deshalb die kleinen Gedanks mit Krankheit strafte. Sie musste ihn gnädig stimmen. Obwohl sie nicht besonders gut darin war, beschloss sie, nach St. Martin zu gehen und dort zu beten. Sie biss auf ihrer Unterlippe herum und überlegte, wie sie ihrem Vater helfen könne. Sobald es ihm wieder etwas besser ging, würde er nach dem Leinen fragen. Es würde seine Genesung vorantreiben, wenn er erführe, dass seine Tochter sich schon um den Verkauf gekümmert hätte. Gewinne waren die beste Medizin für den alten Kaufmann. Gute Gewinne würden sie ihre eigene Enttäuschung über die verpasste Briefübergabe vergessen lassen. Ihr Bruder Lothar hatte ihr immer geraten, sich in die Arbeit zu stürzen, wenn sie wieder einmal schlecht gelaunt war, was nicht selten der Fall war. Eilig verließ sie das Pult. Sie wollte in die Lagerräume und sich das Leinen ansehen. Offensichtlich war sie gegen die Krankheit gefeilt und St. Martin konnte warten. Vor der Kontortür prallte sie gegen den blassen und übel riechenden Gutebold. Entschuldigt, Dame Mächtelt, ich mache mir Sorgen um eure Magd Frieda. Ich konnte sie nirgends finden. Geht es ihr gut? Ist sie gesund? fragte er besorgt. Oh ja, sie kümmert sich um meinen Vater. Soll ich ihr Grüße ausrichten? Erleichtert und verlegen schüttelte Gutebold den Kopf und huschte die Treppe hinauf zu seiner Kammer. Während Mächtelt über den Hof zu den Lagerräumen eilte, umspielte ein amüsiertes Lächeln ihre Lippen. Neben Krankheit und Tod gab es auch noch etwas anderes. Frieda hatte offensichtlich einen heimlichen Verehrer. Warum auch nicht? Trotz ihrer Pockennarben war sie recht hübsch. Sie hatte große, grüne Augen und schönes Haar. Mächtelt nahm sich vor, sie aus Anselms Dienst freizukaufen. Sie passte irgendwie in das Haus der Kleingedanks. In den Lagerräumen war es düster und angenehm kühl. Sie sog den vertrauten Geruch ein und war wieder in ihrem Element. Energisch warf sie ihr Haar zurück. Sie würde alle Gedanken an Anselm und Gottfried abschütteln. Anstatt sich über Männer den Kopf zu zerbrechen, wollte sie lieber das tun, was sie am besten konnte. Das würde sie ablenken. Sofort entdeckte sie die neuen Ballen aus Regensburg. Es waren viel mehr, als sie gedacht hatte. Sie entzündete die Öllampen, bis sie genug Licht hatte, um die Qualität der Ware zu prüfen. Sie entrollte einen Ballen und nahm den Stoff zwischen die Fingerspitzen und untersuchte sehr gewissenhaft, ob es Webfehler gab. Die feine Struktur kribbelte angenehm unter den Fingerkuppen. Es gab keine Unebenheiten oder Knoten. Erfreut stellte sie fest, dass das Leinen von hervorragender Qualität war. Sie würde einen großen Gewinn für die Kleingedanks aushandeln können. In Gedanken ging sie die Namen der Männer durch, denen sie das Leinen anbieten wollte. Sie überschlug im Kopf die zu erwartende Summe. Erschrocken hielt sie inne und dachte verunsichert daran, was der Gewinn bedeuten würde. Durch den Gewinn half sie selbst, ihre angeblich von Ulrich Lommersbacher gestohlene Mitgift zu ersetzen. Gottfried von der Heide wäre sicher sehr erfreut, das zu hören. Seufzend fuhr sie mit der flachen Hand über das Leinen. Auf der anderen Seite konnte sie doch nicht zulassen, dass den Kleingedanks ein gutes Geschäft entging. Der Gedanke war einfach unerträglich. Bald würden neue Ladungen aus dem Süden eintreffen und die Preise drücken. Jetzt war der Moment günstig und ihr Vater zu krank, um ihn zu nutzen. Sie wickelte den weißen Stoff wieder auf. Im Stillen begann sie, Anselm auseinanderzusetzen, was beim Einkauf von Leinen berücksichtigt werden müsse. Plötzlich kam ihr ein furchtbarer Gedanke, und sie biss sich auf die Unterlippe, bis es wehtat. Wenn er nun auch tot war, und nur noch wie Tante Herats Stimme in ihrem Kopf existierte. Mit langsamen, gleichmäßigen Bewegungen schlang sie das weiche Leinen um den Ballen und versuchte, sich Gunters Abschiedsworte in Erinnerung zu rufen. Er hatte geknurrt, dass Anselm, der Schreiberling, ein verfluchter Feigling sei. Bei der Erstürmung der Stadt sei er wie ein jaulender Hund losgehetzt, mitten in die herabzischenden Pfeile hinein. Gott allein möge wissen, warum solche unfreien Trottel immer davon kämen. Erleichtert Schmissi den Ballen wieder zu den anderen. Gunter hatte sicher recht. Solche Trottel wie Anselm kamen immer davon. Sie würden nicht einfach so sterben. Beim Verlassen des Lagers war sie schon ganz vom bevorstehenden Geschäft gefangen genommen. In Gedanken setzte sie Anselm auseinander, dass vom Reingewinn noch die zu erwartenden Forderungen der Reinschiffer und der Transportunternehmer abgezogen werden müssten. Für einen Moment war ihr, als würde Tante Herat empört mit der Zunge schnalzen. September 1198 vor den Toren Aachens. Arno rannte über den Lagerplatz, als wäre eine Horde Heiden aus dem Heiligen Land hinter ihm her. Er hielt genau auf den Trupp Soldaten zu, der gerade mit Kurzschwertern Übungskämpfe vollführte. Ein bulliger, rotgesichtiger Waffenmeister schrie ihnen Befehle zu und war anscheinend unzufrieden mit der Leistung seiner Leute heute Morgen. Der dicke Robert war hinter Arno her. Zum Glück konnte er schneller laufen als sein Verfolger. Arno keuchte und gab sein Bestes. Die Angst vor Roberts Fäusten trieb ihn an. Er hatte sein Ziel genau vor Augen. Am Rande des Kampfplatzes lag ein achtlos hingeworfener Haufen unterschiedlichster Waffen. Er würde sich einen kleinen Dolch oder ein kurzes Schwert greifen, auch wenn ihm nicht so recht klar war, was er damit wollte. Er hatte keine Zeit darüber nachzudenken und lief einfach darauf zu. Arno hatte nicht mit dem rotgesichtigen Waffenmeister gerechnet. Der Mann war offensichtlich schlecht gelaunt. Er packte Arno mit seinen riesigen behaarten Händen und brüllte, »Nimm die Finger weg oder ich schlage sie dir ab. Woher kommst du, Bürschchen? Wer ist dein Herr?« Arno bekam keine Luft, da er so schnell gerannt war. Er musste erst einmal zu Atem kommen, bevor er antworten konnte. Der grimmige Waffenmeister verstärkte seinen Griff. Arno schnaufte hilflos. Aus den Augenwinkeln konnte er sehen, wie Robert sich schadenfroh grinsend davonstahl. Nun war er zwar Robert los, hatte allerdings ein neues Problem. »Ich gehöre zu einem Ministerialen.« Weiter kam er nicht. Der Waffenmeister lachte und nickte verstehend. »Natürlich. Du hast die Schreibfedern satt. Willst dir endlich mal das Handwerkszeug eines richtigen Mannes ansehen? Da bist du hier richtig.« Er ließ Arno los und wühlte in dem Waffenberg. Dann zog er ein kurzes Schwert hervor. Er drückte es dem verdutzten Arno in die Hand und nahm ebenfalls ein Schwert. »Na, Kleiner, zeig mal, ob du es auch verstehst, mit dieser Feder zu schreiben.« Der Waffenmeister machte ein paar angedeutete Ausfälle in Arnos Richtung. Die Soldaten hatten einen Kreis um sie gebildet und lachten. Arno fühlte sich ansetzlich fehl am Platz. Er hielt das kleine Schwert wie einen Besenstiel und sah den Waffenmeister hilfesuchend an. »Nein, halt es so!« Der Waffenmeister korrigierte Arnos Handhaltung. Als seine Leute das Interesse an dem Scherz verloren, beauftragte der Waffenmeister, einen Soldaten mit Arno zu üben. Während er seinen Männern Anweisungen zubrüllte, blickte der Waffenmeister immer wieder in Arnos Richtung. Arno merkte, wie er immer vertrauter mit der Waffe wurde. Er entspannte sich langsam. Am Ende der Übungsstunde kam der Waffenmeister zu Arno und klopfte ihm auf die Schulter. »Das war für den Anfang gar nicht übel. Komm, ich begleite dich zu deinem Herrn. Wir fragen ihn, ob du jeden Tag mit uns üben darfst.« Arno überlegte verwirrt, was er damit gemeint haben könnte. Sollte er vielleicht Soldat werden? War das möglich? Arnos Herz begann aufgeregt zu klopfen. Als sie bei Anselms Zelt ankamen, bot dieser einen ganz ungewohnten Anblick. Er hatte einen Eisennagel zwischen den Zähnen und eine viel zu große Axt in den Händen. Auf dem Reisetisch lag inmitten von Nägeln, rostigen Hammern und verbogenen Zangen die zerstörte Laute. Arno war sich sicher, dass das Werkzeug noch aus König Arthus' Zeit stammen musste. Er hatte gar nicht gewusst, dass Anselm solche Dinge besaß. Und es schien ihm ein sinnloses Unternehmen zu sein, denn die Laute war nicht mehr zu retten. Die Holzsplitter ragten wie Federn nach allen Seiten und erinnerten Arno an ein zerrupftes Huhn, das nun zum Mahl hergerichtet werden sollte. Der Waffenmeister betrachtete Anselm verächtlich. Dann erzählte er ihm von seinem Vorschlag, Arno auszubilden. Der Waffenmeister zuckte bedauernd mit den Schultern. Er warf noch einen letzten amüsierten Blick auf die Laute und verließ das Zelt. Arno hätte heulen können, so groß war seine Enttäuschung. Er nahm seinen ganzen Mut zusammen und wandte ein. »Aber wenn ich mit dem Schreiben fertig bin?« »Ich habe abgelehnt und damit Schluss«, sagte Anselm und schlug mit einem Axthieb die Holzspäne ab. Dann nahm er einen Nagel und drückte ihn in die Holzreste. Arno konnte sich nur mühsam beherrschen. Anselm nahm einen besonders rostigen Hammer vom Tisch und schien ihn völlig vergessen zu haben. Das machte Arno noch zorniger. »Der dicke Robert wird mich immer fertig machen. Nie werde ich mich wehren können. Ich werde nie an einer richtigen Schlacht teilnehmen. Ich werde nie das erhebende Gefühl eines Soldaten vor dem Kampf erleben.« Als Anselm schwieg, fuhr er mit eindringlicher Stimme fort. »Was soll denn das für ein Leben sein? Ein richtiger Mann sollte ein Schwert führen können. Es ist so erbärmlich, nur über dem Pergament zu hocken.« Arno ballte die Fäuste. Er war so in Wut, dass er weitermachen musste. Nichts konnte ihn aufhalten. Nun musste alles heraus, was er seit Wochen mit sich herumgeschleppt hatte. Er trat mit dem Fuß gegen den Reisetisch, der Poltern zu Boden krachte, und alles mit hinunterriss. Die Laute und die Werkzeuge rollten zu Boden. Die Eisennägel sprangen herum. Arno stellte sich breitbeinig vor Anselm auf und schrie, »Ich will Soldat in Ottos Heer werden. Ich finde eure lateinischen Texte zum Sterben langweilig. Die Rechtsstreitereien verwirren mich. Jagd mich fort, ich habe einen Brief in eurem Namen nach Köln geschickt. Ich bin ein Urkundenfälscher. Ich bin es nicht wert, euch weiter zu dienen. Ich will auf dem Schlachtfeld sterben.« »Junge, bist du von Dämonen besessen?« brüllte Anselm. Er ließ den Hammer fallen und wollte seine Arme packen. Arno entwand sich seinen Fingern und kreischte mit hoher Stimme. »Diese Frau in Köln. Ich habe ihr einen Brief geschickt, als ihr vom Fieber geschwächt wart. Ich dachte, ihr wünscht es so. Doch dann war es ganz verkehrt gewesen. Ich mache alles falsch. Ich werde kämpfen lernen und Soldat werden. Das ist ein aufregendes Leben. Wie könnt ihr euch nur für eine lateinische Formulierung begeistern? Es sind doch nur Worte. Worte, nichts als Worte. Mir dreht sich der Kopf bei so vielen Worten.« Erschrocken über seine eigenen Worte senkte Arno den Kopf und kaute an seinen Fingernägeln herum. Anselm kam auf ihn zu und packte ihn mit beiden Händen an den Schultern. »Moment. Nochmal langsam. Sieh mich an. Du sollst mir in die Augen sehen. Hast du Mechthild geschrieben, dass ich im Sterben liege?« Er nickte und musterte interessiert seinen abgekauten Daumennagel. Anselm ließ die Hände von seinen Schultern gleiten und begann damit im Zelt auf- und abzulaufen. »Es ist schon so lange her. Sie wäre schon hier, wenn sie sofort aufgebrochen wäre. Es muss etwas dazwischengekommen sein. Oder hat sie den Brief nie erhalten?« murmelte sein Herr und stieß gegen die Zeltwand. Er kehrte auf dem Absatz um und ging wieder zurück. Arno kannte diese Angewohnheit schon. Es war besser, den Herrn nicht beim Denken zu stören. Anselm beendete nach einiger Zeit seine Wanderung und pustete sich eine Haarsträhne aus den Augen. Dann fiel sein Blick wieder auf Arno. Er baute sich vor ihm auf und herrschte ihn an. »Wie konntest du es wagen? Das nächste Mal bin ich gezwungen, dich hart zu bestrafen. Du willst Soldat werden? Hast du nichts gelernt, dort an der Stadtmauer? Hast du sie nicht gesehen, die Berge von Leichen, die Männer mit den Pfeilen in der Brust? Bist du nicht durch das blutrote Wasser des Grabens gewartet und hast die sterbenden Stöhnen gehört? Willst du auch so enden?« Arno unterdrückte den Wunsch, mit der Schulter zu zucken. Was verstand sein Herr schon von Kampfesmut und Heldentod? Sein Herr konnte nur belehrende Vorträge halten, und dann war es besser zu schweigen. Anselm sagte nun etwas ruhiger, »Du bist noch jung. Ich habe deinem Vater versprochen, aus dir einen guten Ministerialen zu machen. Natürlich wirst du den Welfen dienen. Du wirst all diese Dinge lernen. Vor allem wirst du lernen, dass die wichtigen Schlachten nicht mehr auf dem Schlachtfeld geschlagen werden. Die Zeiten sind vorbei, nur ein paar Dichter hängen ihnen sehnsuchtsvoll nach. Es sind neue Zeiten angebrochen. Ein Wort in einem Vertrag kann über ganze Königreiche entscheiden. Die Ratgeber übernehmen für die mächtigen Männer das Denken. Nicht das Schwert hat in unserem Reich die Macht, sondern die Feder. Wer damit umzugehen versteht, kann sogar als Lohn ein Lehen erhalten. Mehr kann ein Ritter mit dem Schwert auch nicht erreichen. Du wirst es eines Tages begreifen. Anselm machte eine bedeutungsvolle Pause. Arno sah verlegen an ihm vorbei. Es wäre ihm lieber gewesen, der Herr hätte ihn geschlagen. Doch der sang schon wieder das hohe Lied auf die Arbeit der Ministerialen. Anselm lächelte plötzlich und fuhr in einem versöhnlicheren Ton fort. Wenn es dir so viel bedeutet, dann kannst du morgen zu den Übungsstunden gehen. Aber erst, wenn wir mit den Schriftstücken fertig sind. Arno glaubte im ersten Moment, ihn nicht richtig verstanden zu haben. Das konnte doch nicht wahr sein. Er durfte Waffenübungen machen? Er, der eigenmächtig hinter dem Rücken des Herrn einen Brief nach Köln geschickt hatte? Arno vergaß alles, was er Abfälliges über Anselm gedacht hatte, und wäre ihm am liebsten um den Hals gefallen. Danke, Herr. Ich werde nie wieder einen Brief abschicken, ohne euch vorher zu fragen. Ich werde mich anstrengen, alles so zu machen, wie ihr es erwartet. Ihr werdet sehen. Mein Latein wird sich verbessern und meine Handschrift. Anselm schüttelte den Kopf. Du sollst dir nur den Gedanken aus dem Kopf schlagen, für Otto in deiner Schlacht zu kämpfen. Aber ich denke, ein Mann der Feder sollte auch in der Lage sein, ein Schwert zu führen. Ich habe die Kunst der Waffen zu sehr vernachlässigt. Ich werde dich morgen zu den Übungsstunden begleiten. Es kann von Nutzen sein. Erst vor kurzem stand ich Gottfried von der Heide im Kampf gegenüber. Ich wünschte mir dringend, ein besserer Kämpfer zu sein. Jeder sollte seine Ehre verteidigen können, auch ein Schreiberling. Arno starrte ihn verblüfft an und fragte sich, was er wieder nicht mitbekommen hatte. Er hatte seinen Herrn für einen Langweiler gehalten, der immer nur arbeitete. Wann hatte Anselm einem Ritter mit gezogenem Schwert gegenüber gestanden? Arno seufzte. Es war so ungerecht. Immer verpasste er die richtig spannenden Dinge. September 1198 in Mainz Im Morgengrauen schlug Meister Jakobus mit der flachen Hand gegen das Tor zum Judenviertel. Seine Ringe knallten gegen das Holz. Niemand öffnete. Der Hofarzt überlegte gerade, ob er laut rufen sollte. Da wurde das Tor von einem verschlafen aussehenden Torwächter geöffnet. Ein rothaariger Soldat gähnte herzhaft. Na, Alterchen, die Nacht herumgetrieben? Hier bist du herausgeschlüpft. War doch für Juden verboten. Ich hab nichts gesehen. Geh schon. Jakobus nuschelte etwas auf Hebräisch und beeilte sich der Aufforderung nachzukommen. Im Licht der aufgehenden Sonne sah das Judenviertel ganz fremd aus. Es war zu dieser frühen Stunde der friedlichste Ort in der Stadt. Die Krönungsfeierlichkeiten hatten in Mainz ihre Spuren hinterlassen. Überall war der Hofarzt über Unrat gestolpert und beinahe in Erbrochenes getreten. An jeder Straßenecke lagen Leute, die ihren Rausch ausschliefen. Die Stadt vor ihm war so still und sauber, als läge sie in einem tiefen Schlaf. Die meisten Fensterläden waren noch verschlossen. Die oberen Stockwerke auf beiden Straßenseiten waren durch Seile miteinander verbunden. An manchen hingen träge ein paar vergessene Wäschestücke. Jakobus hob das Gesicht zur aufgehenden Sonne. Er wollte ihre ersten wärmenden Strahlen spüren. Es würde seine alten Glieder beleben. Da fiel sein Blick auf etwas, das ihm irgendwie merkwürdig vorkam. Er blieb zögernd stehen und machte die Augen zu. Dann öffnete er sie ganz langsam wieder. Es war noch immer da. Verwundert schüttelte er den Kopf. Da hing ein christliches Gebände an einer jüdischen Wäscheleine. Er war sich ganz sicher, sah er doch diese Kopfbedeckung täglich bei den Hofdamen der Herzogin. Heftig klopfte er an der Tür des Hauses mit dem ungewöhnlichen Wäschestück. Jedes Mal, wenn er in Mainz war, besuchte er das Judenviertel. Er glaubte, sich zu erinnern, dass der Gelehrte Samuel in diesem Haus wohnte. Dessen Frau Ruth hatte Meister Jakobus für ehrbar und fromm gehalten. Als die Tür aufging, hatte er sich schon eine zornige Rede über christliche Hauben bei jüdischen Hausfrauen zurechtgelegt. Ihm blieben seine Worte im Hals stecken. Sein Blick ging an der Frau des Hauses vorbei und fiel auf Dame Johanna. Sie lehnte mit einem Tuch über der Stirn am Kamin. Sie sah sehr blass und elend aus. Meister Jakobus schüttelte entgeistert den Kopf. Er brachte keinen Ton heraus. Erst als Ruth ihn zu einer Bank geführt und ihm einen Becher Wasser gebracht hatte, fand er seine Stimme wieder. »Shalom diesem Haus, das einen so ungewöhnlichen Gast beherbergt. Schalom, Meister Jakobus, der Weisheit und Güte in dieses Haus bringt. Dame Johanna hatte sich verlaufen und euch gesucht. Johanna nahm sich das Tuch von der Stirn, wrang es verlegen zwischen ihren Fingern und lächelte ihn schüchtern an. Anklagender, als er vorgehabt hatte, sagte Jakobus, »Sie hätten die Krönung fast abgesagt, und ihr wart schuld daran.« Ruth hob beschwichtigend die Hände und erklärte, »Seid nachsichtig, Herr. Sie hat gestern den ganzen Tag schlafend und vor Hitze glühend da niedergelegen. Ich habe sie gepflegt, und Gott hat meine Bemühungen gesegnet. Dank seiner Güte geht es ihr heute Morgen besser.« Johanna flüsterte, »Die Krönung. Oh mein Gott, was ist geschehen?« »Könnt ihr es euch wirklich nicht denken?« Es ist genau das eingetreten, was ich befürchtet hatte. Die Herzogin hatte in der Nacht vor der Krönung einen furchtbaren Traum. Sie träumte, dass Richard ihr eine Krone aus lebendigem Getier auf das Haupt setzte. Statt aus Edelsteinen und Perlen bestand sie aus glitschigen Kröten, zuckenden Salamandern und quakenden Fröschen. Als die Krone ihr Haar berührte, stoben die Tiere auseinander. Einige krallten sich in ihren Haaren fest, und andere krochen in ihr Gewand. Sie hinterließen ihren Schleim auf ihrem Körper und zwackten und bissen sie. Währenddessen stand Richard vor ihr. Er lachte und schrie, »Nattern für den König und Kröten für die Königin!« »Einen Löwen für England und einen Drachen für den Papst in Rom!« Irene war außer sich und hat nach euch verlangt. Aber niemand konnte euch finden. Eine hektische Suche begann, sie durchkämpften die ganze Stadt. Na, nicht die ganze, wie ich jetzt feststellen muss. Als man euch nicht finden konnte, hat sich die Herzogin geweigert, an der Krönung teilzunehmen. Johanna schlug einen der Lederhandschuhe vor ihren Mund und riss erschrocken die Augen auf. Jakobus fuhr unbeirrt fort. Philipp konnte sie schließlich überreden. Aber sie war nicht dazu zu bewegen, die prächtige Krone auf ihr Haupt setzen zu lassen. Sie schwor, dass sich die Edelsteine in Kröten und Salamander verwandeln würden. So stand sie zwar neben dem Thron, aber ihr Haar wurde nur mit einem schmalen, goldenen Reif geschmückt. Sie haben erklären lassen, dass es Schwierigkeiten mit dem byzantinischen Protokoll gegeben hätte. Philipp hat sie damit getröstet, dass die Krönung in Aachen noch einmal wiederholt werden würde, denn nur dort wäre Karls heiliger Geist lebendig. Bis dahin habe der Fluch sicherlich seine Macht verloren. Ich gebe ihm insofern recht, dass ich nicht noch einmal zulassen werde, dass eine gewisse junge Dame am Morgen der Krönung nicht aufzufinden ist. Und alles nur, weil ich euch verwechselt habe und einem Fremden mit einem ähnlichen Hut durch die Stadt gefolgt bin. Das ist noch nicht alles. Ein Ritter war so um euch besorgt, dass er mit einem anderen Mann Streit anfing. Ich musste hinterher die Platzwunden an seinem Kopf behandeln. Wolfram von Isenberg, nicht wahr? Ach, ich bringe allen nur Unglück. Jakobus trank seinen Becher leer und stand auf. Unsinn. Jammern nützt nun auch nichts mehr. Beeilen wir uns lieber. Der Palast wird bald erwachen. Johanna hatte Mühe, Meister Jakobus durch die Straßen von Mainz zu folgen. Ein umgekipptes Weinfass war im Weg und sie stolperte über einen betrunkenen Soldaten. Tote Fliegen hingen in seinem zerwühlten, blonden Haar. Überall waren tote Fliegen. Wie schwarze Schaumkronen wurden sie an die Hauswände gedrückt. Sie fragte sich erstaunt, warum die Fliegenplage so plötzlich zu Ende war. Sicher hing alles mit der Krönung zusammen. Sie stellte sich vor, dass Gott die Plage in dem Moment von der Stadt genommen hatte, als Philipp die heiligen Insignien empfangen hatte. Vor ihren Augen sah sie, wie tausende von Insekten leblos zu Boden fielen, als sich die Krone auf sein Haar senkte. Es war eben eine heilige Krone und nichts konnte sie ersetzen. Meister Jakobus drehte sich nach ihr um und winkte ihr ungeduldig, sich zu beeilen. Johanna raffte ihre Schleppe und versuchte, nicht mehr an die Fliegen zu denken. Ein Glockengeläut setzte ein, das alle anderen Geräusche übertönte. Johanna kam es vor, als läute es ihre Rückkehr in den Palast des Erzbischofs ein. Sie machte sich Sorgen darüber, was sie dort erwarten würde. Erst als sie den Palast schon sehen konnten, wurde der Hofarzt langsamer. Was soll ich ihnen sagen, keuchte Johanna, als sie ihn eingeholt hatte. Gar nichts. Benutzt eure Hände und dient eurer Königin. Und das wird genügen? Meister Jakobus schüttelte unwillig den Kopf und ging noch langsamer. Ach, einfältiges Ding. Natürlich genügt es. Warum mistraut ihr euren Fähigkeiten? Alle meine Befürchtungen waren unnötig. Als ich das erste Mal von euch hörte, bangte ich um das Ansehen der Wissenschaft. Zauberkunststückchen von alten Hebammen und Tricks von betrügerischen Barbieren. Das alles kannte ich zur Genüge. Immer wieder tauchten solche Kräuter, Mütterlein und Hexenmeister auf. Ich hatte es so satt. Doch ihr seid nicht wie die. Ihr werdet mehr von eurer Gabe beherrscht, als dass ihr eure Gabe beherrscht. Ihr seid keine wirkliche Gefahr für meine Position am Hof. Aber eines ist sicher. Die Träume in der Nacht vor der Krönung konnte ich nicht besiegen, obwohl ich die Regeln der Säftelehre genau befolgt habe. Alles gegen Melancholie und schwarze Gale habe ich versucht. Ihr habt befürchtet, meine Hände würden eure Stellung gefährden? Wollt ihr meinen Rat hören? Ein paar Zaubertricks würden euch ganz gut stehen. Johanna kam nicht dazu, ihm zu antworten. Sie waren im Vorhof der Residenz des Erzbischofs. Eine Menschenmenge hatte sich dort versammelt, um den neuen König nach der Morgenmesse zu begrüßen. Doch Philipp war nirgends zu sehen. Ein paar Ritter standen als Verstärkung für die Torwache herum. Einer von ihnen hatte die beiden Neuankömmlinge entdeckt und kam auf sie zu. Unter einem großen Kopfverband quollen die braunen Locken hervor. Für Johanna war er ein wilder Säure Zähne. Gleich wird er mich in seine starken Arme schließen, dachte Johanna benommen. Sie vergaß, ihr beim Laufen gelockertes Gebände festzuhalten. Das Stirnband löste sich und rutschte ihr vor die Augen. Als sie es zurückgeschoben hatte, stand Wolfram nicht mehr dort. Er lag am Boden und mehrere Männer umringten ihn. Meister Jakobus hockte neben dem Bewusstlosen, tastete prüfend über seinen Kopf und knurrte. Er hätte auf mich hören sollen. Er ist viel zu früh wieder aufgestanden. Johanna kniete sich hin und beugte sich über den bewusstlosen Ritter. Sie legte ihre heilenden Hände auf den Kopfverband. Doch der Hofarzt schob sie mit einer entschiedenen Geste weg. Und ihr junge Dame geht unverzüglich zu Königin Irene. Sie braucht euch dringender als dieser Herr. Seine Stimme klang verärgert. Johanna erhob sich sofort schuldbewusst. Sie blickte noch einmal besorgt auf Wolframs schönes, bleiches Gesicht hinunter. Er sieht wie ein schlafender Engel aus, dachte Johanna. Nur mühsam konnte sie sich von seinem Anblick lösen. Der Höchststand der Sonne war schon lange vorüber, als Johanna das Schlafgemacht der Königin Irene wieder verließ. Niemand hatte einen Ton darüber verloren, dass sie am Krönungstag nicht aufzufinden gewesen war. Es schien die Königin gar nicht zu interessieren, wo sie gewesen war. Sie hatte einzig den schmalen, goldenen Kopfreif, mit dem sie gekrönt worden war, anklagend zwischen den Fingern gedreht. Es waren lange Stunden gewesen, in denen Johanna ihre ganze Kraft gebraucht hatte. Als die Königin endlich schlief, hatte sie ihr den Goldreif sanft entwunden und auf die Truhe gelegt. Gunda hatte schon mit dem Stärkungstrunk in der Tür gestanden. Noch während sie trank, wusste Johanna, dass sie unbedingt in den Krankentrakt musste. Sie hatte Gunda fortgeschickt, damit die Alte es nicht mitbekam. Gunda hätte sie gefragt, was sie denn dort wolle, und sie hätte nicht gewusst, was sie ihr hätte antworten sollen. Als sie über den Platz zwischen Palast und Stählen zum Krankentrakt ging, hatte der Wind an Stärke zugenommen. Er rüttelte an den Stahlwänden und fegte einen abgebrochenen Zweig über den Platz. Vor dem Krankenzimmer blieb Johanna stehen und wickelte das Gebände ab. Sie trug immer noch das alte Kleid und kam sich schmutzig und hässlich vor. Sie löste die Haarflechten und schüttelte ihr langes braunes Haar aus. Der Wind fuhr zwischen die Strähnen und zog daran. Was tut ihr da? Geht es euch gut? Johanna drehte sich erschrocken um. Dort stand ein müder und verdreckter Konrad. Er hatte Ringe unter den Augen. Tote Fliegen klebten an seinen Lederschuhen. Blut, Urin und Eiterflecken überzogen sein kurzes Gewand. Die Falten blähten sich und zerrissene graue Beinlinge kamen darunter zum Vorschein. Sie dachte daran, dass sie auch nicht gepflegter aussah. Sie wählte einen geschäftsmäßigen Ton. Er sollte nicht denken, dass sie seinetwegen gekommen wäre. Hat Meister Jakobus einen Augenblick Zeit für mich? Konrad trat schweigend zur Seite und Johanna betrat das Krankenzimmer. Ihr erster Blick fiel auf Wolfram, der aufrecht im Bett saß und einen dampfenden Becher in den Händen hielt. Als sie zu ihm lief, fühlte sie Erleichterung. Gepriesen sei der Herr, es geht euch besser, entfuhr es ihr und sie kniete sich vor sein Bett. Konrad war ihr langsam ins Krankenzimmer gefolgt und hatte sie genau beobachtet. Verwundert gestand er sich ein, dass ihm der Ausdruck auf ihrem Gesicht körperlichen Schmerz zufügte. Dieses brennende Gefühl in seiner Brust. Wie könnte er es je in einem Lied ausdrücken? Kein Dichter konnte das, nicht einmal Walter. Doch auch sein neu erworbenes medizinisches Wissen ließ ihn im Stich. Er presste die Hände auf seinen Oberkörper und versuchte ruhig zu atmen. Das Brennen wurde nicht besser. Den ganzen Nachmittag quälte es ihn, solange Johanna an Wolframs Seite blieb und sogar lachte und mit ihm scherzte. Konrad ging währenddessen seiner gewöhnlichen Arbeit nach. Er bemühte sich, nichts von seinen Gefühlen zu zeigen. Er wusch Wunden aus, ließ zur Ader, mischte Kräuter und war erleichtert, als sie endlich aufstand, um zu gehen. Doch kaum war sie fort, fasste er einen Entschluss. Er sprang so heftig auf, dass eine Schüssel mit Urin umfiel, der dringend zur Diagnose benötigt wurde. Doch Konrad achtete nicht darauf. Er musste Johanna unbedingt abfangen und mit ihr sprechen. Johanna hatte den Platz zwischen kranken Trakt und Stellen fast durchquert. Sie hatte einen fröhlich wippenden Gang und warf ihre Haare zurück. Ihre gute Laune spornte ihn an. Er rannte los und packte sie zornig am Arm. Wartet, ich muss euch warnen, ihr dürft nicht auf diesen Betrüger hereinfallen. Wovon sprecht ihr? fragte sie befremdet und entzog ihm ihren Arm. Ich kenne ihn. Vor vielen Jahren waren wir knappen bei demselben Herrn. Die Jungen wurden dort geschlagen und schlecht behandelt. Er war der Einzige, der nicht geschlagen wurde. Er war jedermanns Liebling, so hübsch und stark, wie er war. Er ist nachts zu den Rittern gekrochen. Die anderen Jungen haben ihn dafür gehasst. Du lügst. Deine Eifersucht lässt dich solche Dinge erfinden. Du bist fortgelaufen und kein Ritter geworden und neidest ihm nun seine Stellung. Ich will nichts mehr hören. Johanna hielt sich die Hände vor die Ohren und wollte weitergehen. Konrad stellte sich ihr in den Weg. Er packte ihre behandschuten Hände und zog sie von ihren Ohren. Ihr müsst mir zuhören. Ich habe seinen Namen vergessen, denn ich blieb nur ein halbes Jahr dort. Dann floh ich und schloss mich den Fahrenden an. Doch ich erinnere mich genau, dass dieser hübsche Knappe aus dem Herzogtum Sachsen stammte. Oder war es Niederlothringen? Jedenfalls war er aus einer angesehenen Familie, mit engen Beziehungen zum Welfischen Hof. Er prallte damit, dass er als kleiner Junge mit dem Sohn Heinrichs des Löwen um die Wette geritten sei. Was redest du für einen Unsinn? Otto wurde in England erzogen. Du bist auf einen Lügner hereingefallen. Ritter Wolfram kann nicht dieser Knappe gewesen sein. Jeder weiß doch, dass er aus einem verarmten Rittergut im Osten gekommen ist, um bei Philipp zu Ruhm und Ansehen zu gelangen. Du verwechselst ihn mit einem anderen Jungen. Gar nichts weiß man über diesen sogenannten Wolfram von Isenberg. Es sind alles nur Gerüchte, die er selbst gesät hat. Er ist ein Verräter, der sich aus Ottos Lager eingeschlichen hat. Ich kann es beweisen. Er ist bei einer Waffenübung am linken Oberarm verletzt worden. Er hat dort eine V-förmige Narbe, so groß wie eine Silbermünze. Wolfram? Ein Verräter? Du bist ja verrückt. Sie gab sich einen Ruck und rannte zum Palast. Der Wind fuhr in ihre Röcke und schien sie fortzublasen. Dann drehte sie sich noch einmal um. Ihre Haare flatterten vor ihrem Gesicht. Sie versuchte, die Strähnen mit ihren Lederhandschuhen fortzuwischen und schrie, Du bist ein elender Lügner! Konrad zuckte bedauernd mit den Schultern. Er schlenderte zurück zum Krankentrakt und schlug nach ein paar herunterhängenden Zweigen. Er fühlte sich unendlich erleichtert. Endlich hatte er ihr gesagt, was ihn schon seit mehreren Tagen beschäftigte. Nun musste sie entscheiden, was sie tun wollte. Etwas hatte sich an einem abgebrochenen Zweig verfangen. Es leuchtete hell zwischen den grünen Blättern. Er bückte sich nach dem Ast und befreite Johannas zerknittertes Gebände aus den Zweigen. Nachdenklich drehte er es und wickelte die Bänder dann um seine Hand. Es kam ihm vor wie ein Liebespfand. Am Abend stand Johanna auf dem überfüllten Platz vor dem Dom. Immer wieder wurde sie angerempelt oder zur Seite gedrängt. Die Menschen wollten alle gleichzeitig durch die Torflügel der Domtür, die sich gerade weit geöffnet hatten. Der Menschenstrom schob sie über den Platz, ohne dass sie selbst die Richtung bestimmen konnte. Johanna verwünschte ihren Entschluss, in den Dom zu gehen, um nach Vater Ambrosius zu suchen. Sie hätte im Palast bei den anderen Hofdamen bleiben sollen. Doch nun, nachdem Meister Jakobus sich mit ihrer Heilkraft ausgesöhnt hatte, war ihr der Gedanke gekommen, auch mit dem Hofkaplan Frieden zu schließen. Sie hatte sich vorgestellt, dass er sie wie ein verlorenes Schaf wieder an seine Brust rücken würde. Jetzt, da Philipp König war und sie, die Heilerin der Königin, würden die mütterlichen Arme der Kirche sie umschließen und ihr vergeben. Sie hatte vor, Vater Ambrosius auf die Knie fallen und ihn um seinen Segen für ihre Hände anflehen wollen. Beschämt gestand sie sich ein, dass sie auch hoffte, im Gebet eine Antwort darauf zu bekommen, ob Wolfram von Isenberg wirklich ein Betrüger war. Doch in diesem Gewühl würde sie Vater Ambrosius niemals finden. All ihre Fragen würden unbeantwortet bleiben. Plötzlich tauchte ein gutmütiges Gesicht mit vielen Runzeln vor ihr aus der Menge auf. Eine Alte streckte ihre gichtigen Finger nach ihr aus. Mit brüchiger Stimme sprach sie einen Segen über die Heilerin der Königin. Segne unsere Heilerin, riefen die Menschen um sie herum. Hände streckten sich nach ihr aus und griffen nach ihren Haaren und ihren Kleidern. Johanna begann um sich zu schlagen und zu schreien. Dann legten sich von hinten kräftige Hände um ihre Taille, hoben sie hoch und trugen sie durch die Menge, als wäre sie eine Feder. Die Leute brüllten und kreischten nach der Heilerin der Königin. Sie versuchten, einen fetzen Stoff von ihrem Kleid zu erhaschen. Hunderte gierige Teufel griffen nach ihr. Johanna war sicher, dass sie nun sterben musste. Hinter ihr rief eine wohlklingende, tiefe Stimme, dass die Leute Platz machen sollten. Erstaunlicherweise schienen die Menschen darauf zu hören und ließen von ihr ab. Am Rande der Menge wurde sie abgestellt. Sie drehte sich um und blickte in Walters verschwitztes Gesicht. Sein Blick war vorwurfsvoll und amüsiert zugleich, als er sagte, was treibt eine Hofdame der Königin in die Menge? Will sie etwa an Philipps Dankmesse zur Erlösung von der Fliegenplage teilnehmen? Bekommt sie das wohlgestaltete Gesicht unseres Herrschers nicht jeden Tag bei Hof zu sehen? Walter zog sie in eine schmale Gasse zwischen Domplatz und Palast. Johanna lehnte sich schwer atmend gegen einen Säulenvorsprung des mächtigen Domes. Walter hatte ihr bestimmt das Leben gerettet. Die aufgeregten Menschen hätten sie in Stücke zerrissen. Sie brauchte einen Augenblick, um sich zu beruhigen. Der Schreck machte sie ganz schwach und zittrig. Sie keuchte. Ich, ich danke euch. Wie seid ihr so schnell durch die Menge gekommen? Dank mir nicht. Sicher wärt ihr nach solch einem Tod irgendwann selig gesprochen worden. Noch nach Jahrhunderten hätten eure Hände als Reliquien Wunder vollbracht. Ihr wäret unsterblich geworden. Was wolltet ihr im Dom? Meinen Beichtvater suchen und beten. Könntet ihr das nicht morgen in der Hauskapelle besser? Frauen verhalten sich immer unerwartet und rätselhaft. Das macht sie so wunderbar. Mir macht gerade das seltsame Verhalten eines Mannes Sorgen. Deshalb wollte ich ja Vater Ambrosius so dringend sprechen. In Liebesangelegenheiten wendet man sich besser an die Dichter als an die Priester. Walter hackte sie vertraulich unter und begleitete sie ungefragt zum Torbogen des Palasthofes. Ich habe nichts von Liebesangelegenheiten gesagt. Warum grübelt eine schöne Frau sonst? Die Sorgenfalten stehen euch ganz und gar nicht. Sie machen alt. Dann zerstreut meine Gedanken. Die Angst steckt mir noch in allen Gliedern. Erzählt mir von der Krönung. Habt ihr den Herrschaften eure Lieder vorgetragen? Wart ihr ein Erfolg? Mein Vortrag wurde von den schönsten Instrumenten begleitet. Fiedeln, Flöten, Lauten und Dudelsäcken. Die Musiker waren wirklich gut. Keine falsche Bescheidenheit. Die steht euch so schlecht wie mir das Grübeln. Habt ihr Liebeslieder gesungen? Liebeslieder will keiner mehr hören. Wer mit der Zeit gehen will, singt über die große Politik. Tristans Leiden interessieren niemanden mehr. Sie standen auf dem Vorhof zum Palast des Erzbischofs. Er zog seinen Arm zurück und wandte sich zum Gehen. Doch dann schien ihm noch etwas einzufallen. Darf ich euch einen Rat geben? Haltet euch an die Dichter. Vergesst die Liebe und denkt an die Politik. Johanna blickte ihm verwundert nach. Nun hatte sie doch wieder Sorgenfalten auf der Stirn. Hatte Gott ihr Gebet erhört und den Sänger geschickt, um ihr das zu sagen? Aber was war damit gemeint? Der Rat verwirrte sie genauso wie Meister Jakobus Bemerkung, sie sollte mehr Zaubertricks anwenden. Politik statt Liebe? Sie verstand von beidem nichts. Am nächsten Tag hatte ihr Vater Ambrosius immer noch nicht die Beichte abgenommen. Seit Philips Krönung schien er ein vielbeschäftigter Mann zu sein. Sie lief durch den Palast und suchte ihn den ganzen Nachmittag. Dabei verfolgte sie das Bild einer kleinen, v-förmigen Narbe. Überall schienen Vs zu stecken. Wenn sie das Muster auf einem Kleidersaum betrachtete, bestand es plötzlich aus lauter zusammengesetzten Vs. Wenn sie aus dem Fenster sah, bildeten die Äste der Bäume viele Vs. Als sie zu den Stellen kam, stand ein Pferd mit einem weißen V auf der Stirn davor. Sie setzte sich auf den umgestürzten Baumstamm und starrte auf einen v-förmigen Zweig vor ihren Füßen. Schickte Gott all diese Vs, um sie zu ermahnen? Er verlangte von ihr, dass sie nachsah, ob Wolfram ein V auf dem Oberarm hatte. Nur wie sollte sie das anstellen? Sie konnte doch nicht zu ihm gehen und ihn fragen. Ihn im Bad zu überraschen war auch unmöglich. Das Nachdenken musste ein Ende haben. Sie beschloss, sich Gottes Führung anzuvertrauen. Sie würde Wolfram suchen und einfach sehen, was passierte. Vor dem Krankentrakt stürzte ihr Meister Jakobus entgegen. Seine Barzöpfe wackelten, der schimpfte auf Wolframs Benehmen, weil der den ganzen Tag darüber jammerte, dass er alle Wettkämpfe, Jagdausflüge und Schachspiele verpasste. Mit seinem Genörgle störe er die Arbeit des Hofarztes. Johanna versprach ihm, sich um den unzufriedenen Patienten zu kümmern, und schob ihn zur Seite. Als sie das Krankenzimmer betrat, trat ein erwartungsvolles Leuchten in Wolframs braune Augen. Er rief ihr erfreut entgegen. Endlich zeigt jemand Erbarmen und er rettet mich aus diesem Jammertal. Es ist furchtbar, den ganzen Tag da zu liegen und dieses Kräuterzeug zu trinken. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Johanna blickte vielsagend auf ihre Hände und bewegte die Finger in den Lederhandschuhen. Natürlich konnte sie sich vorstellen, wie es war, geduldig auf Heilung zu warten. Sie hatte mehrere Monate nichts anderes getan. Was war dagegen eine kleine Kopfverletzung? Neben Johanna machte jemand »Huch«, und ein Schwall heißer Kräutertee ergoss sich über Wolframs Oberkörper. Während Konrad an dem nassen Leinenhemd herumrieb, murmelte er Entschuldigungen. Er warf Johanna einen verschwörerischen Blick zu. »Ich denke, ihr solltet es besser ausziehen, sonst holt ihr euch noch eine Erkältung und müsst noch länger hier liegen«, riet sie so unbefangen wie möglich. Wolfram überkreuzte die Arme und raffte das nasse Stück mit den Händen. Als er die Arme streckte und sich das Leinenhemd über den Kopf zog, starrten zwei Augenpaare wie gebannt auf seine nackten Oberarme. Dann sog Konrad scharf die Luft ein. Die kleine weiße Narbe bildete einen deutlichen Kontrast zu dem sonnengebräunten Arm. Johanna kam die V-Form schon so vertraut vor, dass sie sich gar nicht darüber wunderte. Konrad konnte seine Augen gar nicht mehr abwenden. Johanna sah in sein bleiches Gesicht und bekam plötzlich Angst. Wie würde Wolfram die Anschuldigungen aufnehmen? Selbst geschwächt konnte er Konrad in einem Kampf gefährlich werden. Konrad musste schweigen. »Ich komme schon zurecht. Du gehst jetzt besser und holst etwas Trockenes zum Überziehen.« Johanna versuchte, ihrer Stimme einen bedeutungsvollen Klang zu geben. Konrad wollte noch etwas einwenden, doch dann überlegte er es sich anders und folgte ihrer Aufforderung. Johanna beugte sich vertraulich zu dem halbnackten Mann herunter. Sie hatte die Frage schon auf den Lippen, die sie ihm stellen wollte. Aber die Frage nach seinem richtigen Namen blieb unausgesprochen. Bevor sie wusste, wie ihr geschah, hatte er seinen Arm um sie gelegt. Er zog ihr Gesicht zu seinem und küsste sie. Es verschlug ihr völlig den Atem. Der Kuss war wild und fordernd. Genau so hatte er sie schon einmal geküsst, und sie hatte es vergessen wollen. Die Vernunft riet ihr, sich sofort von ihm zu lösen. Jeder konnte sie hier beobachten. Außerdem war er ein Betrüger, sogar ein verlobter Betrüger. Aber es ging nicht. Sie schloss die Augen, versank in seinem Kuss und wünschte, er würde niemals damit aufhören. »Na, na, ich sagte doch, keine Anstrengungen.« Ihre Köpfe fuhren erschrocken auseinander. Sie blickten schuldbewusst in das dicke Gesicht des Hofarztes. Meister Jakobus hatte seine buschigen, weißen Augenbrauen gerunzelt. Johanna wäre am liebsten unsichtbar geworden und verließ fluchtartig das Krankenzimmer. Den ganzen Weg zurück zum Palast hoffte sie, dass Konrad ihr diesmal nicht folgen würde. Konrad war ihr nicht gefolgt. Er folgte ihr auch in den nächsten Tagen nicht. Er ließ sich überhaupt nicht sehen. Das war beunruhigend genug. Jeden Tag, der ereignislos verstrich, fragte sie sich, was er tun würde. Würde er dem Ritter ins Gesicht sagen, dass er Bescheid wusste? Sollte sie Konrad im Krankenzimmer aufsuchen und mit ihm sprechen? Oh nein, dorthin würde sie keinen Fuß mehr setzen. Die Erinnerung an den Kuss quälte sie. Besonders nachts, wenn sie vor lauter Sorgen nicht schlafen konnte, dann überfiel sie ein heißes Kribbeln am ganzen Körper. Zu Vater Ambrosius traute sie sich nicht. Was wäre, wenn er von dem Kuss erführe? Sie fühlte sich elend und verzweifelt. Tagelang hatte sie die Lippen ganz fest aufeinander gepresst, als wollte sie die Erinnerung an den Kuss wegdrücken. Erst nach drei Tagen entspannten sich ihre Gesichtszüge wieder. Sie lächelte fast, als sie mit der Königin und den anderen Hofdamen im großen Saal der Residenz saß. Der Saal war prächtig mit Rosen geschmückt worden. Überall hingen rote Rosenzweige herab. Kletterrosen rankten sich um die Fensterbögen und Rosenkränze lagen auf den kleinen Tischen neben den Weinkelchen. Auf den Fensterbänken türmten sich rot leuchtende Rosen und sie zierten das schwarze Haar der Königin. Es gab hellorangerote, zartrosarote und tiefweinrote Blüten. Ihr schwerer, süßlicher Duft erfüllte den Saal und stieg ihr zu Kopf. Der Liederabend wurde von Walter von der Vogelweide bestritten. Er besang in Hunderten von Liedern die Vorzüge des neuen Königs, der gar nicht anwesend war. Mit den Worten eines Liebhabers pries er Philipps Schönheit, seine Wohlgestalt und seine Güte. Johanna vermutete, dass Philipp bei so viel Lob die Schamröte ins Gesicht gestiegen wäre. Sie kannte den König als zurückhaltenden Mann, der in einem Kloster zum Kleriker erzogen worden war, und die Welt der Messen und Liturgien erst verlassen hatte, als seine älteren Brüder starben. Walter schwärmte in seinen Liedern von seiner Besonnenheit und Friedfertigkeit. Mit verzücktem Augenaufschlag nannte er ihn seinen süßen, blonden Mann. Nach dem Vortrag nahm Walter einen goldenen Kelch als Anerkennung von der Königin entgegen. Erstaunlicherweise war der Kelch mit grünen Steinen besetzt. Walter sonnte sich im Lob. Alle Damen umringten ihn und redeten auf ihn ein. Doch als die Zuhörer auseinanderliefen, schlenderte er zu Johanna und reichte ihr den halbvollen Kelch. Johanna bemerkte schmunzelnd, dass er nach römischer Art einen Lorbeerkranz auf dem Kopf trug. Sie hatte gar nicht gesehen, wer ihm den Kranz auf seine schwarzen Locken gedrückt hatte. Walters Stimme war vom vielen Singen ganz rau. Er setzte sich zu ihr auf die Bank und krächzte. Das Lächeln steht euch viel besser. Da trinkt einen Schluck mit mir. Seinen Erfolg sollte man mit Freunden begießen. Habt ihr keine amüsanteren Freunde als traurige junge Damen? Sie nippte vorsichtig an dem guten Wein. Oh, vielleicht ist euer Kummer ein Lied wert. Ich dachte, Liebeslieder singt keiner mehr. Ah, hab ich euch. Es ist also doch Liebeskummer. Kann man einen Lügner lieben? Einen Mann, der ein anderer zu sein scheint, als er vorgibt? Jemanden mit einem dunklen Geheimnis? Selbstverständlich, den besonders. Aber Konrad kann es nicht sein. Sein Gesicht ist ein offenes Buch, darin lese ich nichts Geheimnisvolles. Er macht euch über mich lustig, sagte sie vorwurfsvoll und nahm noch einen kräftigen Schluck aus dem Kelch. Der rote Wein schmeckte wirklich wundervoll. Er lief warm den Hals hinunter und breitete sich wie ein weiches Tuch in ihrem Körper aus. Walters Hand wanderte unter sein Gewand und er zog eine Hartwurst hervor. Ein voller Bauch, das wirkt bei mir immer. Trinkt den Kelch aus und denkt nicht mehr an die Liebe. Schlimm genug, wenn die Politik voller dunkler Geheimnisse steckt. Die Politik, murmelte sie müde und ließ den Rest Wein im Kelch kreisen. Walter verstaute seine Hartwürste und griff nach der Laute. Er wählte das Lied, in welchem der Dichter auf einem Stein grübelt. Unpassenderweise hockte er dabei auf einer rot gepolsterten Bank. Johanna hörte kaum hin, sondern drehte nachdenklich den goldenen Kelch und trank den Rest in einem Zug aus. Die Umstände, unter denen sie dann endlich mit Konrad sprach, waren ganz anders, als sie es sich vorgestellt hatte. Nach dem Liederabend befand sie sich mit den anderen Hofdamen im großen Schlafsaal der Residenz, als eine seltsame Gestalt in der Tür stand. Die Damen waren gerade dabei, sich für die Nacht vorzubereiten. Niemand durfte es wagen, sie dabei zu stören, erst recht kein männliches Wesen. Johanna saß auf dem Bett und kämmte sich die Haare. Da blieb der Kamm an einem Knoten hängen. Sie zerrte so ungeduldig daran, dass ihr der Kamm aus der Hand flog. Die dunkle Gestalt löste sich aus der Dunkelheit. Eine alte Magd, die ganz in ein Tuch verhüllt war, kam auf sie zu und bückte sich. Dann richtete sich die seltsame Frau mit einer recht jugendlichen Bewegung wieder auf und reichte ihr den Kamm. Diese mit feinen Narben überzogenen Hände kannte sie doch. Johanna musste unwillkürlich lächeln, von wegen, er hatte nichts Geheimnisvolles. »Ihr seid verrückt, dafür werden sie euch auspeitschen,« flüsterte sie. Sie bemerkte irritiert, dass sie ihn nicht mehr duzte. Wenn sie doch nur offen mit ihm sprechen könnte, aber die Damen sahen schon misstrauisch zu ihnen herüber. »Er ist weg,« zischte Konrad. »Was? Wer ist weg?« »Wolfram von Isenberg, oder wie immer er auch heißen mag. Wusstet ihr davon? Hat er sich bei euch verabschiedet?« »Ich hatte keine Ahnung.« Johanna war erleichtert, dass der Ritter fort war, und gleichzeitig schrecklich enttäuscht. Wolfram hatte ihr noch nicht einmal Lebewohl gesagt. »Die Alte habe ich noch nie hier gesehen. Gehört sie zum Haushalt des Erzbischofs? »Hee du, scher dich in die Küche, wo du hingehörst,« schimpfte eine Magd. Konrad zog sich das Tuch tiefer in die Stirn und schlich geduckt zur Tür. Die Magd blickte der merkwürdigen Gestalt hinterher und schnaufte verärgert. Dame Giselbertha setzte sich zu Johanna auf die Bettkante. Das Stroh knisterte unter ihrem Gewicht, und sie kicherte verschwörerisch. »Sie hat euch eine Nachricht von eurem Liebsten überbracht. Habe ich recht?« Dame Engeltrud sah sie streng an und sagte herablassend, »Das ist unmöglich. Der treulose Wolfram war heute Nachmittag bei mir und hat mich gebeten, etwas auszurichten.« Sie scheuchte Giselbertha vom Bett und setzte sich auf ihren Platz. Mit geübten Handgriffen begann sie, ihre grauen Zöpfe für die Nacht zu flechten. Sie hielt den Kopf dabei schief. Johanna legte unbewusst ihren Kopf in dieselbe Richtung und fragte erstaunt, »Oh, was hat er gesagt?« Sie beugte sich interessiert vor. Doch die Dame beendete erst einmal in Ruhe ihren Zopf und wickelte ein Seidenband um das fertige Ende. Mit dem anderen Band im Mund begann sie seelenruhig den zweiten Zopf. Dabei nuschelte sie mit der Seide zwischen den Zähnen. »Er hat gesagt...« »Moment, äh, Retzlaff.« Johanna hätte sie am liebsten geschüttelt. »Was hatte Wolfram Rätselhaftes gesagt?« Doch sie musste sich gedulden, bis der Zopf fertig war. »Er lässt ausrichten, der Herbst wird die Entscheidung bringen.« Engeltrud hatte geflüstert, doch Giselbertha hatte scharfe Ohren. Sie zog Dame Richilde mit sich zum Bett und rief begeistert, »Oh, er liebt sie immer noch. Er bereut die gelöste Verlobung. Sicher will er alles rückgängig machen und sie im Herbst heiraten.« Engeltrud seufzte, »Es gefällt mir gar nicht. Wahrscheinlich spielt er nur mit ihren Gefühlen. Eine Heirat?« »Es wäre Dame Johanna zu gönnen nach all der Enttäuschung. Er gab mir diesen Ring für sie. Er ist zwar nur aus Silber, aber der Wert eines Liebespfandes wird anders gewogen.« Johanna nahm vorsichtig den kleinen Ring. Er lag zitternd auf ihrem Handschuh und hob sich glitzernd vom schwarzen Leder ab. Die Damen schwiegen verlegen. Dann sagte Giselbertha aufmunternd, »So versteht doch, es war besonders schlau von ihm. Unter einem Handschuh wird niemand ein Liebespfand vermuten. Ein gutes Versteck. Ritter Wolfram mag anscheinend Rätsel und Geheimnisse.« Johanna legte den Ring auf ihren Schoß und streifte sich den linken Handschuh ab. Da entdeckte sie eine Inschrift im Ring und las sie laut vor. »Gott mit den Lommersbachern.« »Wie ungewöhnlich. Der Mann liebt wirklich Überraschungen. Diese Affäre verspricht recht amüsant zu werden. Bitte haltet uns auf dem Laufenden,« flötete Dame Richilde fröhlich. »Ich werde nicht dulden, dass er sie zu seiner Mätresse macht,« erklärte Engeltrud scharf. Johanna streifte den kleinen Ring über einen ihrer vernarbten Finger und sagte empört, »Das würde er niemals tun. Er ist ein Mann von Anstand und Ehre.« Doch sie war sich da gar nicht so sicher.